Herzlich Willkommen auf meinem Kanal Wolle und Handarbeit. Heute zeige ich euch dieses Engel. Ich habe es gestern vorgemacht mit Basic Cotton. Das ist eine Wolle, dass man mit Höckernadeln Nr. 3 arbeitet. Das ist aber viel zu groß geworden im Vergleich mit dem Engel, was ich gestern gemacht habe. Und schon online ist auf meinem Kanal. Und deshalb werde ich heute mit einem Häcklgarn arbeiten. Mit Bettin Nr. 10, das gibt es im Shop zu kaufen. Und ich habe ein Häcklnadel 1,5. Ich weiß nicht, ob du siehst. So, dann fangen wir es an. Wir fangen mit dem magischen Kreis an. Und wir machen 16 Stäbchen im Kreis. 1,2,3 zum Steigen. Das ist das erste Stäbchen. Und jetzt insgesamt müssen wir 16 haben. Das ist ein bisschen neu für mich, die Dünne Garn. Der Dünne Garn. Ungewohnt, weil ich arbeite meistens mit der dickeren. Aber das werde ich schon schaffen. So. Und ich komme wieder, wenn ich die 16 habe. So, ich habe jetzt die 16 fertig. Ich kette mich jetzt in die dritte Luftmasche. Dann mache ich wieder 3 zum Steigen. 1,2,3. Und jetzt wird jede einzelne verdoppelt. Das heißt, wenn wir jetzt 16 gehabt haben, am Ende der Reihe müssen wir 32 haben. Und das ist der Kopf. So, ich mache jetzt aus. Und ich komme, wenn die 32 fertig sind. Das ist jetzt diese Reihe, diese zweite. So, meine zweite Reihe ist fertig. Ich habe mich mit einer Kettmasche angehängt. Bei der dritte Luftmasche, der 3 Maschen zum Steigen. Jetzt mache ich 7 Luftmaschen. Das ist 3, 4, 5, 6. Und ich drehe meine Arbeit um. Und ich lasse 1, 2, 3. Und in die vierte mache ich eine feste Masche. Dann mache ich 3 Luftmaschen zum Steigen. Und ich arbeite Stäbchen. 10 Stäbchen, wenn ich mich nicht täusche. Hier in dieses Bogen. Jetzt machen wir es 3, 4. Und ich mache die Schaue einfach nur noch weiter. Und ich mache jetzt den Bogen. Lektieren. So, mal schauen, wie viele wir brauchen. Und ich mache die Schaue einfach noch. Das war dann noch 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 13, 12, 13, 13, 13, 14, 13, 14, 14, 13, 14, 14, 15, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16. neun, zehn, elf. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und elf. Jetzt mache ich wieder drei Luftmaschen zum Steigen. Eine Luftmasche zwischen das Stäbchen und jetzt arbeite ich überall. Stäbchen, Luftmasche, Stäbchen. Stäbchen, Luftmasche und Stäbchen. So, ich mache jetzt kurz Pause. So, die Reihe ist fertig. Jetzt muss ich wieder drei Luftmaschen zum Steigen machen. Eins, zwei, drei. Dann zwei Luftmaschen. Und dann drehe ich um und ich mache in jedem Stäbchen ein Stäbchen, getrennt von zwei Luftmaschen. Zwei. Zwei. Stäbchen, ein, zwei Luftmaschen, wieder ein Stäbchen. Und so machen wir die ganze Reihe. Und es schaut so aus. Es ist die Reihe, die wir jetzt arbeiten. Es wird immer breiter sozusagen. So, ich komme am Ende der Reihe wieder und dann machen wir weiter. So, meine Reihe ist fertig. Jetzt machen wir eins, zwei, drei zum Steigen. Eins, zwei, drei für Pause. Ich drehe um und ich mache hier in diesem ersten Bogen ein Stäbchen, drei Luftmaschen und wieder ein Stäbchen. Und das ist, was wir jetzt in jedem von diesem Bogen bearbeiten. Stäbchen, drei Luftmaschen und Stäbchen. Stäbchen, drei Luftmaschen und wieder ein Stäbchen. Bis auf das letzte. Beim letzten müssen wir wieder dasselbe machen wie hier. Aber bis dann müssen wir immer Stäbchen, drei Luftmaschen und wieder ein Stäbchen. Stäbchen, drei Luftmaschen und wieder ein Stäbchen. Und ich mache jetzt Pause und ich zeige dir noch in die letzte Masche. Also in den nächsten Bogen. So, ich bin jetzt wieder in dieser letzten Bogen. Machen wir wieder Stäbchen. Ein Stäbchen, drei Luftmaschen und wieder ein Stäbchen. Dann wieder drei Luftmaschen. Und ein Stäbchen in die dritte Luftmasche von den drei zum Steigen. Jetzt drei Luftmaschen. Jetzt drei Luftmaschen. Zum Steigen drei Luftmaschen. Und wenden. Und hier wieder in dem Bogen, in der ersten Bogen. Machen wir wieder ein V. Ein von dieser V. Das heißt Stäbchen, drei Luftmaschen und Stäbchen. Und das ist der erste. Und wir machen vier davon. So, das ist der zweite, der zweite Stäbchen, drei Luftmaschen und Stäbchen. Eins, zwei, drei und vier. Stäbchen, drei Luftmaschen und Stäbchen. Und jetzt müssen wir eins, zwei, drei, vier. In die nächste vier machen wir zwei Stäbchen. Zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. Zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen und zwei Stäbchen. So, machen wir vier Muster davon, zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, zwei Stäbchen, und wieder die letzte, zwei Stäbchen, zwei Luftmaschen, und zwei Stäbchen. So, jetzt machen wir wieder die einfachen Faust mit Stäbchen, drei Luftmaschen und Stäbchen, eins, zwei, drei, und Stäbchen, hier im letzten Bogen kommt wieder ein, in diese Faust, Stäbchen, drei Luftmaschen und Stäbchen, und dazu kommen drei Luftmaschen, und ein Stäbchen in die dritte Luftmasche zum steigen. So, die Reihe ist fertig, jetzt mache ich wieder eins, zwei, drei Luftmaschen zum steigen, mache ich nur zwei Luftmaschen zum wenden, und hier mache ich wieder so ein V, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, und das Stäbchen kommt hier, das ist der V, der V, so jetzt mache ich wieder eins, und ich arbeite wieder diese Stäbchen, drei Luftmaschen Stäbchen, bis ich zu meinem Muster ankomme, und ich zeige dir dann, was ich mache. So, meine Lieben, bin ich jetzt zu meinem Muster gekommen, jetzt muss ich hier in dieses Loch, wo ich die zwei Luftmaschen gehabt habe, muss ich jetzt drei Stäbchen machen, eins, zwei, und drei, drei Luftmaschen, und wieder drei Stäbchen, und das wiederhole ich viermal. drei Stäbchen, drei Stäbchen, drei Luftmaschen, drei Stäbchen, eins, zwei, drei, und wiederum, drei Stäbchen. und dann mache ich, nachdem die vier Muster fertig sind, mache ich weiter, bis hier, normal, und ich komme hier, ich komme am Ende des Reihes, und dann zeige ich es dir. So, ich bin jetzt am Ende der Reihe gekommen, ich habe mein V in dieses Bogen gemacht, jetzt mache ich nur zwei Luftmaschen, und dann das Stäbchen in die dritte von, die drei zum steigen, und jetzt mache ich, ein Knoten, und schneide mein, mein Garn. So, und jetzt fangen wir den Rock, für den Rock müssen wir hier irgendwo anfangen, dann lassen wir die Flügel weg, und arbeiten weiter mit dem Rock. Ich tue mich hier in dieser erste, von dieser drei, so, jeder weiß, wie er seine Wolle, oder sein Garn, knotet, oder wie er den Anfang macht, ich mache immer mit den beiden, versuche ich so dick ausschaut, so, drei, und jetzt mache ich hier, da sind die drei zum steigen, und jetzt mache ich hier in dieser Gruppe normal drei Stäbchen, und drei Luftmaschen, wieder drei Stäbchen. eins, zwei, drei, und diese Reihe arbeite ich so bis am Ende die vier Muster, und ich komme, wenn ich wieder hier bin, damit ich dir zeige, wie ich umdrehe. So, ich habe jetzt meine Reihe fertig, jetzt mache ich hier noch ein Stäbchen, hier bei dem Anfang, oder beim Ende, genauso wie ich auf die andere Seite gemacht habe, die drei Luftmaschen, zum steigen, zum steigen, jetzt mache ich wieder drei Luftmaschen, zum steigen, ich drehe um, und ich mache meine Gruppe, drei Stäbchen, drei Luftmaschen, drei Stäbchen, drei Stäbchen, der Unterschied ist, dass ich jetzt hier zwischen die, dieser zwei Gruppen, ein einzelne Stäbchen mache, und dann mache ich wieder meine Gruppe. So, jetzt habe ich die Gruppe fertig, und jetzt mache ich wieder ein Stäbchen dazwischen, und hier machst du wieder Gruppe, Stäbchen, Gruppe, und dann endest du mit deinem Stäbchen hier, und dann zeige ich dir, wie wir die nächste Reihe machen. So, die Reihe ist fertig, jetzt machen wir wieder die drei Zunsteigen, und eigentlich die Gruppe, die Gruppen arbeiten wir immer normal, aber wir müssen das Kleid ein bisschen breiter machen, und das passiert langsam. So, das machen wir jetzt hier, erstmal die Gruppe, drei Stäbchen, drei Luftmaschen, und wieder drei Stäbchen, und jetzt hier, bei diesen einzelnen Stäbchen, machen wir ein V aus Stäbchen, Luftmaschen und Stäbchen, und jetzt wieder die Gruppe, ... ... ... Und in dem einzelnen Stäbchen machen wir wieder Stäbchen, Luftmasche und Stäbchen. Und das machst du bis am Ende des Reihes. In dieser Reihe habe ich wieder die drei zum Steigen, die Gruppe wird normal gemacht und hier dann Stäbchen, zwei Luftmaschen und Stäbchen. Das ist der einzige Unterschied, dass wir jetzt eine Luftmasche mehr zwischen den Stäbchen haben, dass sie ein bisschen breiter wird. So, die Gruppe bleibt so wie sie ist und hier in dieses V mache ich jetzt wieder Stäbchen, zwei Luftmaschen und Stäbchen. Und das ist alles was anders ist bei dieser Reihe, nur diese eine Luftmasche. Und hier auch und hier auch. Wir haben noch ein paar Reihen, deshalb mache ich immer wieder, muss ich immer wieder stoppen, weil sonst wird der Video irrsinnig, nicht lange sein. Und ich langweile mich auch, wenn ich nur rede rede und immer dasselbe hören muss. So, dann nächste Reihe fängt normal an, die Gruppe ist normal, die erste Gruppe. Und jetzt machen wir zwei Stäbchen. Zwei Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Und zwei Stäbchen. Und das ist was anders ist bei dieser Reihe als bei der Vorreihe. Die Gruppen bleiben immer gleich und jetzt wird hier dazwischen wieder. Zwei Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Und wieder zwei Stäbchen. Das ist in weiß, da sieht man nicht so gut. Wenn du vielleicht auf dem Tisch bist, dass du ein bisschen besser siehst. Das ist der große. Das ist hier, wie wir mit den einzelnen Stäbchen angefangen haben. Dann Stäbchen, Luftmaschenstäbchen. So weiter. Jetzt kurz Pause und ich komme für die nächste Reihe wieder. So, ich habe ja die erste Gruppe schon gemacht, weil die sowieso immer gleich ist. Und dann hätte ich mir die ganze sparen können, weil jetzt machen wir überall dieselbe Muster. Drei Stäbchen, drei Luftmaschen, drei Stäbchen. Das heißt, jetzt wird die ganze Reihe so gemacht. Das ist leicht zu merken. Da muss ich dir nicht so viel erklären. So. Jetzt ist die ganze Reihe so. Meine Lieben, ich schalte wieder ein. Die erste Muster habe ich gemacht. Das einzige was anderes bei dieser Reihe ist, dass wir zwischen dem Muster eine Luftmasche machen. Und dann wieder die Muster. Und das ist das einzige. Zwischen jedem Muster eine Luftmasche. Und bei der nächsten Reihe muss man zwischen dem Muster zwei Luftmaschen machen. Und das ist der einzige Unterschied. Ich zeige dir jetzt die zwei Runden nicht mehr. Weil ich finde, das ist leicht zu merken und zu machen. So, wie gesagt. Zwischen dem Muster eine Luftmasche. Bei der nächsten Reihe zwei Maschen. Und ich komme bei der letzten Reihe. So, jetzt kommen wir zu der vorletzte Reihe. Die letzte Reihe des Kleides. Wieder drei zum Steigen. In die Gruppe werden wir jetzt nur drei Stäbchen. Und eigentlich vier Stäbchen. Vier Stäbchen. Eine Luftmasche. Und wieder vier Stäbchen. Und hier. Wo wir die zwei Luftmaschen gemacht haben. Hier kommt ein V. Mit Stäbchen. Zwei Luftmaschen. Und wieder vier Stäbchen. Und vier. Und wieder vier. Stäbchen. 1, 2, 3 und 4. Und hier dazwischen machen wir wieder ein Stäbchen, 2 Luftmascheln und ein Stäbchen. Und jetzt wiederholen wir die Gruppe aus 4 Stäbchen, Luftmascheln, 4 Stäbchen. Dieses V aus Stäbchen, Luftmascheln, Stäbchen und dann wieder 4 Stäbchen, Luftmascheln, 4 Stäbchen. Und das machen wir so die ganze Reihe. Und das ist unsere vorletzte Reihe. So, die Reihe ist fertig. Und jetzt machen wir hier, müssen wir feste Maschen machen. Ich mache immer die Umrandung sozusagen. Ich mache immer so auf ein Stäbchen, mache ich 2 feste Maschen. 1 und 2. Und die dritte tue ich meistens hier einstechen. Und dann habe ich 3 insgesamt. Das machen wir jetzt, bis wir hier ankommen. Und dann zeige ich dir, hier bei den Flügeln. Das machst du diese Portion. Und dann zeige ich dir, was wir noch machen. So, jetzt machen wir die fertig. Ich bin jetzt hier bei der, wo die Flügel sich mit dem Kleid verbindet, angekommen. Mit festen Maschen. Jetzt bewege ich mich mit einer Kettmasche in dieser erste Bogen oder V von der Flügel. Dann mache ich 3 Luftmaschen zum Steigen. und noch 3 Luftmaschen. Und dann ein Stäbchen, das wird der erste Bogen. Dann arbeite ich wieder normalen Bogen. In jedem Bogen der Vorreihe. So, Stäbchen, 3 Luftmaschen Stäbchen. 2, 3. 2, 3. 3 Luftmaschen Stäbchen. So. Jetzt bin ich beim letztes angekommen, jetzt mache ich wieder einen Bogen, zwei Luftmaschen und ein Stäbchen in dieser dritte Stäbchen zum Steigen, so und jetzt mache ich wieder feste Maschen, bis ich hier ankomme zum Hals, das kannst du ohne mich machen und dann zeige ich dir, wie wir dieser heige Schein, oder wie es heißt, machen. So, ich bin jetzt beim Kopf angekommen, dann werde ich vier feste Maschen machen. Eins, zwei, drei und vier, jetzt mache ich eins, zwei, drei Luftmaschen und wir machen ein Stäbchen, indem wir eins, zwei und, nein, eins und zwei hier, wir springen eine und wir machen in die zweite, dann zwei Luftmaschen und jetzt ein Doppelstäbchen und wir machen wieder so, eins überstreiten wir und in die zweite machen wir das, dann machen wir noch eins, zwei, wieder Doppelstäbchen und wieder ein überspringen und in die zweite arbeiten, jetzt wieder zwei Luftmaschen und wir machen nochmal hier, das selbe, dann zwei Luftmaschen und noch ein Doppelstäbchen, aber den machen wir gleich in die nächste, wir überspringen nicht mehr, wir machen gleich in die nächste, dann wieder zwei Luftmaschen und wieder ein Doppelstäbchen, wieder in die nächste, das wird die Mitte und dann, so, ohne Pause, hier sind es gleich in die nächste und hier ist mit einer übersprungen, jetzt gehen wir wieder zu unseren, zwei Luftmaschen und jetzt da mal wieder eine überspringen und in die nächste der Doppelstäbchen arbeiten, wieder zwei Luftmaschen, wieder Doppelstäbchen, einmal überspringen, und jetzt zwei Luftmaschen und ein Doppelstäbchen und überspringen, eine, jetzt machen wir eins, zwei, drei Luftmaschen und überspringen wieder eine, und ich hoffe, ich habe jetzt, ja, genau, eigentlich nicht, da ist die Mitte, da habe ich eins, zwei, drei, vier und fünf, eins, zwei, drei, vier und fünf, das müsste eigentlich passen, okay, dann passt, und dann mache ich hier die nächsten vier feste Maschen, eins, zwei, drei und vier. Und jetzt fange ich wieder mit festen Maschen, bis hier, bis zu dem Anfang, und hier mache ich wieder dieser Flügel, dieser extra Flügel halt, diese extra Reihe bei den Flügel. So, dann, ich zeige es dir wieder hier, wie ich mache. So, ich bin in meine festen Maschen hier angekommen, bei dem Anfang, ich muss jetzt die auch noch mit festen Maschen machen, so, jetzt bin ich gleich fertig, so, gleich in die Ecke, jetzt muss ich wieder eins, zwei, drei Luftmaschen zum Steigen machen, dann zwei Luftmaschen, und dann mache ich hier gleich ein V, das besteht aus Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen. Und dann arbeite ich weiter dieser Flügel so mit Stäbchen, drei Luftmaschen, Stäbchen. Bis ich hier ankomme. So, jetzt habe ich Stäbchen, drei Luftmaschen, jetzt mache ich wieder eins, zwei, drei Luftmaschen statt Stäbchen. Denn, ich komme hier wieder mit einer festen Maschen, weil hier sind wir auch mit Luftmaschen gestiegen. Und jetzt tue ich mich hier mit einer Kettmaschen bewegen, und ich fange an, die festen Maschen zu arbeiten am Rand, bis runter. Und wenn du hier angekommen bist, dann ist dein Kleid fertig, oder dein Engel. Hier bin ich halt, deshalb habe ich auf Facebook Enkelversuch geschrieben, weil meine Wolle, mein Garn ist ja fertig gewesen, und ich wollte nicht noch eins anfangen, nur für dieses kleine Stück, weil das war eh nur eine Probe. So, ich mache jetzt fertig, und dann bleibt es ja nur zum Stärken, und es bleibt dir halt überlassen, ob du es jetzt so klein oder groß magst. Und dann tue ich mein Handy drauf, zum Vergleichen. Und ich muss sagen, ich habe einen großen Handy. Das ist der Unterschied. Ich freue mich, dass du zugeschaut hast. Danke fürs Zuschauen, fürs Liken, fürs Folgen, fürs... Bitte kommentieren, ob es dir gefällt oder nicht. Ich weiß, meine Kameraführung ist nicht so toll. Ich habe eigentlich keine Kameraführung. Ich habe eine Kamera, die ich fest auf dem Tisch lege und meine Hände vor die Kamera halte oder versuche. So, tschüss dann, und danke nochmal fürs Zuschauen. Tschüss.